Guck mal, guck wie es läuft ey. Ja, die Map ist nicht ganz so gut. Aber ja, langweilig wenn es einfach wird. Stimmt auch wieder. Also Panzer haben wir hier oben auf jeden Fall. Also als Gegner. Da ist noch mal ein Marker gesetzt. Einfach so. Das blaue, ja. Äh, mit dem Pfeffer, ja. Mit dem Pfeffer, ja. Mit dem Pfeffer. So, Kapelle wird eingenommen, aber wird umkämpft. Ja, Kapelle, da ist immer viel los. Boah, ich finde auch Entfernung schon wie ne Begörse. Ich, ich setz jetzt erstmal einen neuen Spot vorn. So, den Spot vorn sitzt. Daig. Okay. Okay. Schaffschutz 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 3,250 Schaffschutz Dissert Fenster Das war's für heute. Ich habe ihn mit ihm geholfen. Das war's. Was von der Zeit. Ich verlinke unseren Spawn jetzt erstmal, weil wir zu heißen nicht mehr sind. Das war's. 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 Neuer Punkt. Das war's. 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 also das Ziel ist Delta 6, Legkante und dann von Norden aus nach Süden einfallen über die Überschreiftenfelder. Jawohl. Ich versuche aber nochmal einen Punkt zu setzen. Ich versuche aber noch einen Punkt zu setzen. Warte mal starten? Ja gleich. Ich höre hier eine LKW. Okay. Ich höre hier eine LKW. 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 Rechtsseite. Darf schützenkramen. Kommt reingelaufen. Monkey, kriegst du es? Hier zu uns mal. Ja, schauen wir mal. ja ich bin wieder da habe ich schon achtung geht schon die haufe rein ich umlaufe ich umlaufe ich umlaufe ich umlaufe von außen die haufe bewegung da vorne Ja, ja. Wenn Sie nur zwei, dann können wir zwei jeden die Kampfsversorgung hinlegen. Man kann das Medic, oder? Ja. 3 leute hier zwei ich sag mal fünf also zählen also zehn die anehe fünf maximal zwei zwei zwölf aber coole action ich kann Der sitzt ganz gut, glaube ich. Achtung, die Bomben. Ja, behalt euch mal. Dumme. Da sind wir eure Attacke. Die sind schon vorne, Achtung. Das hat ein schnelles Ende gewesen. Also, wir werden umlaufen. Unser Punkt wird umlaufen. Ich komme jetzt mal an der Seite schon. Echt? Ach du heiliger. Dann sollte man die noch nicht abgerissen. Ja, dann sollte man Rückzug machen, oder? Zangbewegung ist blöd. Ja, ich schau mal einen Moment. Ja, ich spaw nur noch mal neue da. Und gut, solange noch darf. Ja, ich auch. Die kommen, die kommen. Also, wir kriegen Vorräte, ne? Für eine Garni. Achtung, OP ist weg. Shit, scheiße. Joe, kannst du einen neuen machen? Wir halten die ab. Nee, ich bin tot. Die kommen hier hinten rum. Ich muss respawn machen. Echt jetzt? Wer ist immer noch da? Ja. Ich brauche mal eine Leiche. Ansonsten, grab durch einen. Ich habe nur die Glitter getroffen, anscheinend. Alter! HälF! Wo kommt's her? Scheiße! Leute, ihr müsst mir helfen. Ja, ich muss hier mal bei der Garrison 2 spawnen. Da sind aber viele Infanteristen gerade. Schützengraben, musst gucken. Hinter uns, äh ja, linke Seite, hinter mir. Schützengraben. Öff! Okay. Ich kann es nicht aufstehen, die Mädern dich weggehauen. Tja, das wohl ja. Beste drauf, was ihr macht. Ich kann es nicht aufstehen. Ich kann es nicht aufstehen. Ich glaube, es sind zwei ziemlich voll. Ich muss nicht mehr weit ausweichen. Rechte Seite kommt an. Jetzt sind sie aufstehen. Achtung Scheune. Erste OG. Frennt einer rum. Erste OG, die geht rum. Ich gehe keine Chance. Ich darf es kurz vorschlägen. Ja, weiter rein. Ich bin gegangen, die ist weg. Gleich. Kartenrand unten. Lass uns GANI 2 nehmen. Von Süden aus. Ja, mein. Nein. Also mal gar nicht. Zwei würde ich versuchen dann von nach Nordwesten rein. Wie der Panzer läuft. In die Felder rein. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Aber von Süden aus kommt. Aber da ist es richtig. Nach Nordwesten. Da sind sie richtig rum. Ja, da ist richtig krass unterwegs gerade alle. Auf jeden Fall, ja. Granaten. Wenn sie da ohne in der Berne holen. Ich meine, wir halten schon ganz gut, muss ich sagen. Aber irgendwann. Ich komme. 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 So, Ladies, müssen wir es nutzen. Ja, wo ist es wichtig? Da vorne rechts ist unser Opegrün auch von uns. Dann machen wir uns schon an der Waldkante. Ich warte nur auf den Startschuss Der ist unsere Wo springt der Also da hinten haben wir Gegner Bunker Bunker 200 2x Infatrie Rechte Seite 92 Infatrie Kriecht hinter Panzerbrack 2. Infatrie 280 in Schützengraben 150 Meter Ich muss den Helm raus gucken Das hast du gut gesagt Joe 150 Meter 280 Wie im Film Wie im Film Ich hab gedacht er redet mit dem Panzer Ein Panzer durchmelden 2x Infatrie 280 3x Infatrie 280 Hey müsst ihr aber mal vorkommen So Bunker 140 wahrscheinlich 166 Wahrscheinlich welche drinnen Und in der Busch Gruppe 215 2x Infatrie 205 306 Infatrie into 306 said 206 116 H完全 2x 4x 5x 5x 6x 6x 5x 6x 5x 7x 10x 6x ich werde wieder schützen Richtung erwarten das war ich aber nicht ich treffe dann danke der arbeitgehalten Die holen sie wieder. Zelda Infanterie. Vier, vier, fünf Soldaten. Einhundert. Einhundertfünfzig auf 280. Drei Infanteristen. Vier Infanteristen. Dann Panzerwrack, einhundertvierzig. Fuck. Oh nein. Joe, du hast gehen. Wir haben gehen ins Grundpunkt. Verdammte Axt. Kannst nicht platzieren wir sehen mit dem Feindgebiet. Mist. Aber einfach mal gucken. Ey, der Weg da ist so lang. Versuch mal, wenn wir Kapelle haben. Da ist auch nur verfluchte Kacke. Scheiße, ey. Hier sind wir zum Laufen. Von hier bis hier. Wie lange ich da lobe? Durch die Kapelle. Das Problem ist einfach, ich bin in der Kartenrand schon. Joe, was versuchst du jetzt? Weil wir sind Spawn nicht mal. Ich emme nochmal ab, wo hier die Infanteristen sind. Naja, es geht um Verstärkung. Du wirst im... Deine Leute sind im Moment. Okay, gut. So nochmal, Sniper, Vorschlag. Hab dich nicht verstanden gerade. Ne, alles gut. Das Spawnpunkt ist jetzt da, wo wir waren. Ne, kannst du also rein. Und dann wird er zu den Feldern, zu dem Bunker, wo wir gerade waren. Ja, also der Punkt war gut. Wir müssten, glaube ich, woanders sein. Ich würde vorschlagen, versuchen, die Vorräte zu holen. Bei Delta 7. Oder da sich dahin zu bewegen. Das ist der Plan. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber probieren wir nicht mal. Kannst du Zeug, äh, Material klauen oder abbauen? Keine F4 nur. Aber ich kann die Garnison eventuell bauen dann. Ja, ich habe nur einen Schlüssel. Also, ich glaube, auch hier ein bisschen. Niemann, niemann. Niemann, 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 niemann. Okay, ja. Ich hoffe, wir drücken uns wieder rein hier, die Klappelle. Soll ich halt auf das Fremdstraßen breiten? Ja, ich werde ihn in touchieren. Okay. Ah, Mann. Da läufst du den Wolf. Und dann stirbst du, lass mich raten. So ging es mir gestern. Das ist eine Ruine. Aber Hauptsache, du taust doch einen Ping raus. Genau. Ey, so dumm, ich schiefe lieber erst. Ach, Mann. Na ja, egal. Sieht gute Runden, sieht beschissen Runden. Jo. Wir nehmen leider nicht eine, das ist das Problem, sonst könnte ich die bauen. Und nun? Können wir Spornpunkt wenigstens bauen oder eins oder was? Ich bin kein Aufklärer, nur Aufklärer können auf feindlichem Territorium bauen. Mist. Wir können jetzt nur hoffen, dass sie es einnehmen. Wir können schon mal auf Felder platzieren, weißt du? Dann können wir Felder sichern. Na, wenn ich auf die Karte... Hier kommt einer. Hier kommt einer. Inner durch den Fluss. Kommt rein. F**k. Den Schiss hat er abgekriegt. Ja, aber ich weiß nicht, wo er ist. Naja, ich hab ihn wie gesagt, gehört. Ich bin da ganz... Ich pass da übel so oft, wenn ich was höre. Naja, am besten nicht bewegen und warten, bis er kommt. Korrekt. Ja lol, Gegner gar nicht gefunden. Ich bin dabei. Ich bin aus 1. Ich bin dabei. Hey, Red Monkey, ich seh' dich. Eintre W, ohne nach rechts. Ein Beweilion. Ohne und rechts. Immer Kompass sagen. Ich hab's mit'n Ping lieber. Ja, ich hab eigentlich... Ich hab's mit'n Ping lieber. Ich vorstau'n Kompass. Wo ich bin. Ich bin schon 5 Mal gestorben. Gucke nach vorne, 83 Meter. Ping, da ist einer. Das wird bestimmt der sein, der mich und Joe getötet hat. Ja, wir nehmen die Pange. Haben. Kontakt, ping. 200. Red Monkey ist schon ein bisschen kalt. Red Monkey fetzt, ja. Red Monkey fetzt, ja. Ja, ja. Komm mit uns mit. Mit unserer Taktik. So Joe, jetzt hast du schönes Team hinter dir. Ja, danke. Ja, genau. Lauf mal vor. Damit wir wissen, wo der Feind ist. Ja, zwangsläufig muss man jetzt wieder zurück, ne? Oh, echt? Weil sonst... Ja, leider, ey. Dann geht es uns noch wie Red. Wir werden erschossen. Nur rumlaufen und dann boing. Wenn es noch ein Französisch ist, dann werden wir einfach weg. Ja. Und dann die Artillerie von den Gegnern angreifen. Na, wollen wir nicht nur irgendwas einnehmen, das wir jetzt hier mal vorankommen, aber... Das geht nur bei AA-Batterie. Guck mal, wo die ist. Wenn wir aufs machen eigentlich hier hinten. Alles andere ist gelockt. Ach, Verfluchte. Und hier die Felder übernehmen? Das ist das Problem. Bieso sind wir denn am Marsch der Welt? Ja, weil das Joe so war. Hätten die Kapelle angenommen, wären wir in der direkten Position. Der hat uns gesehen. Wir müssen hier weg. Der hat uns gesehen. Hundertpro. Dann weg wir. Ja, wahrscheinlich, aber was wollen die machen? Ich glaube, wir sind kein Ziel mehr für den Gegner. Hey Joe, hast du meine Kippe? Hier, Mann. Auch das tödlich. Luckys. Wir haben nicht einen Dreck gefallen, scheiße. Nass geworden. Ja, Leute, ihr läuft so wie der Verrückte rum. Lasst uns so die Felder einnehmen. Rein in den Dreck. Genau, er hat noch die Füße waschen hier wieder. Hier laufen. Mit dem Schrauben. Mach mal, ich mach mal. Mach mal, ich mach mal, ich mach mal. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hände bei den Scheinwerfern. Ja, dann Angst vor Anlass. So, Schildsrichtinformationen. Ah, voll geil. Hier, Mann. Da ist schon mal ein kleines Stimmpunkt. Ich wüsste selbst hier im Chat zu reden, sie wollen, was wir da oben machen. Wir haben nach dem Heiligen Graal geguckt. Wollte mal ein paar Kalorien loswerden. Mein Gott. Wir können ja auch viel Spaß machen, ne? Schreib mal, wir haben die Bonuswerte gesucht. Hey, was? Und jetzt? Und jetzt los? Mach mal versetzen drücken. Versetzen drücken. Ey! Was ist denn bei dir passiert? Du bist dummgekippt. Ey, kommt da. Ich steh wieder auf. Bist du kollabiert? Kohlenhydrate weg. Hä? Jetzt ne Currywurst. Der andere auch hier, guck. Dreh dich mal um. Ich glaub, das ist ein Seuchenplatz. Also, ich lauf den Rest. Wir hatten noch die letzte Tür an Kali dabei. Monkey bringt Pech. Alle kippen um hier. So, warte Monkey. Also, der Plan ist jetzt, voll Druck auf A-Arbeitring zu machen. Zunehmen. Vielleicht haben wir noch mal eine Chance und können wir unseren Vorstoß machen. Deswegen versetzen. Was, pass immer auf hier? Zwei für einen. Ja, lass uns mal ein bisschen vorgehen. Im Laufschritt. Marsch, Marsch. Das ist ein hartes Stück Arbeit, ey. Hauung zu und durch. Bei mir kann ich wenigstens wieder Punkte setzen. Ey, du Held. Da läuft die Mütter Held über den Acker her. Wie ein junges Reh. Ich hab doch keine Zeit. Na ja, und dann macht's bing und dann morst das. Nee, nee. Ja, ja. Denk an deinen letzten Marsch. Sei doch froh, dass ich vorlaufe. 7000 Kalorien und dann ist eine Kolonkörper. Na super. Ja. 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 Zu spät, ja. Ich höre ein Panzer. Stand ab, ne? Ach, game ist. Nee, jetzt ist ein LKW. Das ist ein Panzer. Verdammt. Marker? Na ja, so ziemlich vor mir. Äh, Garrison 1. Der fährt auf der Hauptstraße vor. Jetzt muss ich mal ranflogen. Da stehen zwei oder vor Jacken hier. Noch eher ne, wenn's reicht. Ey, wo ist er denn hin? Da sind so'n Panzer. Da leg mal noch das Rohr weg, sonst sind wir gleich Hacke. Achtung, Gegner voraus. Der hat uns gesehen. Scheiße. 100%. MG. MG, ne? Ja, super. Warte, ich krieg den. Nutz dein Rohr. Haul'n da raus. Kann man Flügel schon hier drauf. Nee, noch nicht. Oh, gleich. Ich schieße drauf, wenn nis passiert, ey? Der ist tot. Okay, gut. Ich bin verstanden. Nur weil das zuckt, ist es halt nicht, dass er da lebt. Das ist dein ganzes O-Fu. Ja, ja. Ey, Krabbelle. Oh, aber hier ist der Bescheid. Hier ist Auto-Pick. Hier sind bestimmt irgendwo O-P's. Outpost-Strip. Oder auch nicht. Okay. Keine Sau. Hä? Das geht um ja auch nicht. Ja, ja. Der Krieg ist da vorne. Ich hab'n'n Zug verpasst. Hier sind ja nur am rumrennen. Und gut, tschau. Ist das geil, ey. Alter, du hast keine Chance mehr, gell? Jetzt wirst du verklaupt, ey. Red, Red ist schön. Ich bin nur nur am los. Jeder Schritt macht fett. Ja, ja. Nein. Gegner voraus. Oh, ja. Ah, Auto ist vor mir. Auto ist weg. Fuck. Bunker besetzt. Pirmont. Nee. Peremthor. You're a Red Monkey. Du kannst mich auch nicht anders machen. Cool. Mhm. Ich hab hier irgendwas am Kopf gehabt. Hast ja schon den richtigen Laufburschen gesucht. Du bist kein Laufburscher. Du hast mich gerettet. Das kam von hinten, ne? Nee, von vorne. Von Bunker da vorne. Oh, da hab ich schon eine draufgejagt. Das war Sniper ähnlich. Ja, ich dachte. Da haben wir einen geschlossen und dann war es das. Ich dachte, weil hinten einer verschwunden ist. Lass uns mal lang ein bisschen ranschleichen. Mach du rechts, ich links. Alle weg? Hey, wir überleben ganz schön lange irgendwie. Krass, Morki. Der Krieg flieht vor uns irgendwie, ich hab das Gefühl. Ja, weil wir noch die Joggen sind mit Schweißbändchen. Also, die Bunker sind alle gesetzt am Strand. Ich muss jetzt erstmal die ganzen Bunker räumen. Warte, warte, da oben, da sind wir. Jetzt rennt er wieder hoch. Ja, da sind wir vom Gegner runtergekommen. Ach egal, komm, wir rennen weiter. Ab zum Strand, wir fahren uns doch hin. Oh, Deckung. Wer schießt denn hier, Ed? Ja, ja. Komm von da, weiterlaufen. Achtung, direkt vor. Boah. Was war denn so ein Panzer eigentlich? Wenn du schießt. Ah, linke Seite. Wir haben uns getrennt. Oh, das war ein Panzer. Das wäre sicher. Klobe. Ja, unsere Pante machen Ihnen gar nichts zu zahlen. Ne, Jörg, machen wir uns doch scheiße. Ah, aber dringend angenommen. Da hätte ich jetzt nicht mehr gedacht irgendwie. Hätte ich jetzt nicht mehr gedacht irgendwie. Das wäre schön, ne. Pulsierende? Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt nicht mehr dazu. Ich gehe jetzt nicht mehr zu. Ach so, was mein Herz hat sich nicht mehr zu. Ich gehe jetzt nicht mehr zu. Ich gehe jetzt auf. Das war's. Na ja, ich glaub, wir überrennen sie es einfach. Was uns überrennen die? Ja. Aus dem roten Dach wird eingenommen. Ach du Scheißer, ich hab' ich nicht gesehen, jetzt wird das wieder ein. Ja, guten Morgen. Was heißt denn eigentlich GG? Good game. Good game. GG. Okay. Okay. Oh, leio mordet auf Niohze. Das war's. Oh, leio mordet auf Niohze. Das war's. Das war's. No, no, no. Das war's. Die Mauer ist wirklich platt. Nehmen wir. Dann versuchen wir mal noch etwas rauszureichen. Abfahren. Abfahren. Egal. Zwei von den Python habe ich mitgenommen. Oh. 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 Blutmann gehen. E. 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 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020